Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Immobilien Nordzypern. Ich, Erdem Cittil, der Inhaber der Makleragentur Northsky Property, grüße Sie von Kairénia Kajalar. Heute befinde ich mich in einem der schönsten Bauprojekte auf Nordzypern, in dem wir einen Panorama-Traum-Mehrblick zur Verfügung haben. Barbra Streisand Barbra Streisand In diesem Bauprojekt befinden sich 89 Baueinheiten von 1 plus 0, 1 plus 1, 2 plus 1 und 3 plus 1 Villen. Jede Villa hat einen eigenen Swimmingpool, je nach unterschiedlicher Größe, je nach Objekt. Momentan ist 95% in dieser Anlage fertiggestellt. Die erste Etage ist im Momentan bezugsfertig, aber bald beginnt eine zweite Etage. Und in der zweiten Etage werden wir Ihnen die besten Schnäppchenpreise anbieten, was Orffplan angeht. Und ich bin begeistert von dem Bauprojekt, weil die Gegend ist eine sehr schöne Gegend. Es befindet sich komplett Olivenbäume in der Umgebung und Sie haben von jedem Winkel auf dieser Baustelle einen super Panorama-Mehrblick. Was mich hier in der Anlage auch sehr gefreut hat, ist, dass es einen Tennisplatz gibt. Und in der zweiten Etage werden Sie auch einen Gymraum mit installieren. Oben haben wir einen Infinity Pool, einen großen Infinity Pool, einen Gemeinschaftspool. Und diese Anlage ist eine privatisierte Anlage. Obwohl die Villen nebeneinander stehen, hat jeder seine eigene Privatsphäre. Und es ist eines der schönsten Gebiete auf Nordzypern. Und wir würden Ihnen gerne unser Musterhaus präsentieren, das 100 Quadratmeter geschlossene Fläche zur Verfügung hat. Und im Brutto 116 Quadratmeter. Die Einrichtung, die Bauqualität der Bauträger, das sind sehr professionelle Firmen. Die kann ich Ihnen höchstlich empfehlen als erfahrener zertifizierte Immobilienmakler. Jetzt können wir uns das Objekt näher anschauen. Hier befinden wir uns im Wohnzimmerbereich. Hier sehen Sie unser großes Wohnzimmer. Ein sehr modernes Wohnzimmer. Unsere Couch. Hier haben wir Einbauschränke im Eingang. Es befindet sich hier eine Sicherheitstür. Obwohl wir eigentlich keine Sicherheitstür auf Nordzypern brauchen. Hier sehen Sie den modernen Eingang. Und die Garteneinrichtung ist sehr hochqualitativ eingerichtet. Hier haben wir eine offene Einbauküche. Erstklassig gemacht. Eine sehr schöne Küchenmünsel mit einem hochwertigen Marmor. Hier sehen Sie die Küchenplatte, die Armaturen aus der Türkei und die Einbauschränke aus echtem Holz. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und von hier aus geht es Richtung Obergeschoss. Im Obergeschoss in dieser Villa befinden sich zwei Schlafzimmer, die masterentzüglich sind. Ich möchte nicht meinen Rücken hinnehmen. So, jetzt schauen wir uns die zwei Schlafzimmer im Obergeschoss an. Hier begleitet uns gleich unser Trockner- und Waschmaschinenlohn. Schön versteckt. Mit Holzeinbauständen. Unser erstes Schlafzimmer mit sehr modernen Kerrien-Einbauschränken hat mir sehr gefallen. Sie werden sehr qualitativ und sehr designt. Hier sehen Sie die hochwertigen Schiebefenster. Ein sehr schönes Balkon, in dem Sie einen super Meerblick haben. Einen unverbaubaren Meerblick. Heutzutage aktuell auf Nordzybern ist es schwierig, einen unverbaubaren Meerblick zu bekommen. Hier sehen Sie unsere Duschen und unsere Toiletten. Die Armaturen sind die Erstklassik aus der Türkei. Und die Toiletten sind Geberit-Toiletten. Die meisten fragen sich, ob so eine schöne Immobilie eine Fußbotenheizung zur Verfügung hat. Wir haben hier eine Fußbodenheizung von Fränkische. In jedem Zimmer haben Sie eine Fußbodenheizung für 40, 50 frische, kalte Tage. Das ist unser zweites Schlafzimmer. Auch sehr modern eingerichtet. Hier haben wir kein Balkon. Hier haben wir Schiebefenster, wo Sie auch direkt zum Meer und aufs Pool schauen können. Aber es ist kein Balkon vorhanden. Wenn diese schöne Immobilie Ihnen gefallen hat, wenn Sie sich für Immobilien auf Nordzypern interessieren, wenn Sie auf der Insel Nordzypern vorhaben, etwas zu kaufen, dann ist Nordsky Property, RDM GT, euer zertifizierter Immobilienmakler, der erste Kontakt- und der Ansprechpartner vor Ort. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns bald, euer zuverlässiger Immobilienmakler für Nordzypern. RDM GT, Nordsky Property. Wir sehen uns bald.